Ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Tja, rechts oben, MrWissen2Go, dann hier unser Bärböckchen. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt was über einen Beitrag von MrWissen2Go mache oder über MyLabia an die Babypille. Ich habe mich dann für MrWissen2Go entschieden. Gibt es natürlich noch diverse andere Sachen im Hauptfilm, die ihr dann schauen könnt bei VK, bei Bitchute und die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Entsprechende Link kopieren, ab in die Browserzeile. Ja, und dann wäre es schön, wenn wir uns gleich wieder sehen. Doch, ich denke, das ist jetzt auch wieder hier jetzt nicht das allerhöchste Kino, aber doch schon, doch schon ziemlich, ziemlich okay. Also, wie gesagt, bis gleich. Tschüss.